Diese tiefe Transformation, dass ich erkannt habe, ich glaube etwas zu sein, was ich in Wirklichkeit nicht war oder noch nicht war, das war life-changing. Bei der holistischen Gesundheit geht es um ganzheitliches, umfassendes Wohlgefühl. Und das bedeutet eben körperlich, geistig, emotional, aber auch sozial. In unserem Holistic Health Podcast wollen wir euch nicht erzählen, was richtig oder falsch ist, aber wir wollen euch inspirieren, nicht mehr, aber auch nicht weniger. So, ich bin Sandra Stella-Tribbel von Ladies Drive und dieser Podcast entsteht in Kooperation mit der Audiokanzlei hier in Zürich, wo wir aufzeichnen, und in Partnerschaft und Kooperation mit Küng Wellness, in der ganzheitlichen Manufaktur für Wellnessbau, entstehen eure personalisierten Entspannungsoasen für mehr Wellbeing und Wellness auch zu Hause. Ich denke, in unserem Leben ist Gesundheit nicht garantiert und auch keine Selbstverständlichkeit, sondern vielmehr eine Folge dessen, wie lieb wir mit uns selber sind. Und wir nehmen euch auf diesen Episoden, in diesem Podcast auch immer wieder ein bisschen mit, auf eine kleine Reise. Heute mit Dr. Christian Larsen, er ist Mediziner. Er hat sich der Spiraldynamik verschrieben. Trainieren statt operieren. Und wir werden gleich herausfinden, was das genau bedeutet. Wir werden uns in diesem Podcast um Bewegung, Schlaf, Ernährung kümmern, mit euch gemeinsam. Und deswegen wende ich mich jetzt dir zu, lieber Christian. Herzlich willkommen, danke, dass du es möglich gemacht hast, hier zu sein. Sehr gerne, Sandra. Wunderbar. Wir haben ja schon ein bisschen erzählt, Spiraldynamik. Trainieren statt operieren, habe ich jetzt mal so banal erklärt. Was bedeutet Spiraldynamik genau? Vielleicht müssen wir da mal anfangen zu beginnen. Also das Ziel ist schmerzfrei und beweglich. Das, was sich jeder Mensch wünscht. Und wenn man es dann plötzlich nicht mehr hat, Verspannung und Schmerz und Verschleiß auftauchen, oder dann kommen viele Menschen dann in Gang und wollen was tun. Und klar, Prävention ist immer besser als Therapie. Und so in Sachen, eben trainieren statt operieren, da kann man eine Faustregel aufstellen. Und die heisst, je früher, desto präventiver, je später, desto therapeutischer und je noch später, desto chirurgischer. Superspannend. Dann lass uns mal ganz vorne anfangen, aber vielleicht auch vorne bei deiner medizinischen Karriere. Weil du warst sehr, sehr viel in der Welt unterwegs. Du warst in Tibet, in Indien, in Japan, habe ich was vergessen, in China. Was hat dich dahin geführt auf deiner medizinischen Reise, sage ich jetzt mal? Ich wollte Arzt werden, seit ich drei bin, haben meine Eltern gesagt. Wollte nie Pilot, Lokführer oder sowas werden, sondern Arzt. Und in meiner ersten Phase habe ich dann eben studiert und habe schon in der Schule gemerkt, die Schule ist ziemlich verschult und dann die Uni ist auch ziemlich verschult. Und da habe ich gedacht, ich muss mal und möchte und will in die Welt hinaus, über den Tellerrand hinaus. Und dann habe ich ethno-medizinische Studien, das heisst, ich bin unter Land und Leute gegangen, habe geschaut, wie machen die das mit Krankheit, Gesundheit, Leben und Sterben. Und war dann, wie du gesagt hast, in Indien, bei den Yogis, in Japan, bei den Samurais und den Sumo-Kämpfern und den Heilern. Und auf den Philippinen, in Alaska, bei den Inuit, quer durch oder längst durch die Wüste in den Sahara. Und habe mir das immer angeschaut. Und ich habe natürlich in jedem Land etwas ganz Spezifisches gelernt, das für die Gesundheit eben wesentlich ist. Was interessiert dich am meisten? Die Ethnien. Also ich bin ein großer Fan von Gendermedizin, weil ich einfach denke, meine, es wird Zeit, dass man mal beide Geschlechter am Schirm hat in der Schulmedizin. Aber eben auch, ich weiss, dass Medikamente auch bei verschiedenen Ethnien unterschiedlich Wirkung zeigen. Und dass Gesundheit in unterschiedlichen Ethnien anders definiert wird. Und trotzdem gibt es so einen gemeinsamen Nenner von Gesundheit. Also was hast du bei diesen verschiedenen Ethnien gelernt? Also nimm mal ein krasses Beispiel heraus. Die Eskimos. Es ist zu kalt, um irgendwas im Iglu zu operieren oder Nadeln zu stecken. Es ist zu kalt, dass irgendwelche Pflänzchen wachsen, oder? Dann fragt man sich, ja, was hatten dann die für eine Medizin? Und die Essenz der Inuit-Medizin ist die Unfallprävention. Weil wenn du mit dem Kajak, mit einer Nussschale unterwegs bist und willst einen Buckelwal erlegen, oder? Ja, das ist gefährlich. Das ist gefährlich, oder? Du kannst einmal da die berühmte Eskimo-Rolle machen. Und wenn du es nicht schaffst, weil die Nussschale des Nachbars ist zu klein, der kann dich nicht raufziehen. Und das hat mich unglaublich beeindruckt, mit was für einer Sorgfalt die dafür sorgen, dass sie keine Unfälle haben. Und in der Schweiz haben wir 100.000 Ski-Unfälle pro Saison. Und ganz schwere eben. Und schwere. Und die meisten Neffe von meiner Frau ist verstorben, weil der junge Fahrer einfach nicht aufgepasst hat. Oder da ließ es sich fehlmachen. Oder zum Beispiel die tibetanische Medizin. Die haben ja so eine spannende Kombination zwischen Spiritualität und Medizin, weil die halt hoch oben in den Bergen sind und nahe dem Himmel. Nahe am Himmel, genau. Nahe am Himmel. Und die haben eben so viel Stoffgemische. Das heisst, so ein bisschen wie die chinesische Medizin, oder? Die haben dann Pflanzen, aber auch Mineralstoffe oder sonstiges Zeugs, oder? Und mischen das teilweise bei Vollmond gepflückt. Also ich meine das jetzt ganz ernsthaft, oder? Dass sich die mit solchen Sachen auseinandersetzen. Und wir sehen das ja, wenn man zuschaut, was im Meer passiert in der Vollmondnacht, oder? Da geht richtig was ab im Vergleich zu, oder? Wenn es eben nicht diese Konstellation ist. Und diese Vielstoffgemische, die haben einfach das Potenzial, dass sich Wirkungen gegenseitig verstärken und Nebenwirkungen neutralisieren können. Und wenn man das jetzt vergleicht bei uns mit dem Dogma, es gibt eine Substanz, oder Monosubstanz, so und so dosiert und fertig, und für alle mehr oder weniger das Gleiche, oder? Dann sind das schon grosse Unterschiede. Dann erzähl jetzt weiter, wie war es in China? Machen wir mal in China unsere Welt-Tournee weiter. Die Chinesen waren ja eine unglaubliche Hochkultur, vor 2000 Jahren vor Christus. Und die haben Erdbebenanlagen konstruiert, mit Kugeln auf Kegeln. Das ist unglaublich. Und die haben sich ganz intensiv damit auseinandergesetzt, wie eben die Beschwerden im menschlichen Körper, wie man die irgendwie organisieren kann. Und reden dann vom Leberfeuer, das aufsteigt, oder? Wir kennen das vielleicht, wenn man Reflux hat, oder was es für eine Bedeutung hat, wenn etwas, das von oben nach unten fließen sollte, in die Gegengekehrte Richtung geht. Und die haben mit dem Yin-Yang-Prinzip und den fünf Wandlungsphasen ein sehr nachvollziehbares und durch die Jahrtausende erprobtes Modell, wie das Ganze eben das Ganze funktioniert. Und wenn ich jetzt einen Sprung mache zu unserer Wissenschaft, die Stärke der Wissenschaft ist die Analyse. Und wenn man die Dinge genau analysiert, auf den Punkt bringt, dann kann man nachher sagen, kausale Zusammenhänge, oder? Und sagen, das ist Ursachenwirkung. Und die Chinesen machen das anders, die schmeissen alles rein. Also wie alt du bist, dein Immunsystem, das Klima, deine Darmfunktion, die Schlafqualität, das Umfeld, das Soziale, deine Emotionen, oder? Und schauen dann daraus, die Schlüsselkorrelationen, also die Schlüsselzusammenhänge herauszukristallisieren. Und das ist so das komplementäre, ergänzende Modell, wie man Gesundheit praktizieren und definieren kann. Und ich habe in China gelernt, eben holistisch zu denken. Die Chinesen mit ihrer traditionellen chinesischen Medizin, kurz TCM, sind ja wirklich wegweisend, den Menschen eben aus Gesamtheit zu sehen und nicht die Symptomatik zu erkennen und zu sagen, dir tut der Ellenbogen weh, ja dann ist es der Ellenbogen. Sondern die sagen, na vielleicht liegt es an der Wirbelsäule, vielleicht liegt es an Ganzwasser, vielleicht liegt es an der Niere, ja vielleicht hast du Gallensteine. Ja, also sie versuchen das halt immer sehr, sehr ganzheitlich zu sehen. Das finde ich hochgradig faszinierend und eigentlich auch adäquat, weil es eben sehr auch individuell ist. Versucht nicht Menschen über einen Kamm zu scheren und auch zu sagen, Weiblein wie Männlein kriegt die gleiche Dosis an Medikamenten zum Beispiel. Ja, das finde ich in der chinesischen Medizin sehr, sehr faszinierend. Aber bevor wir dazu sehr verweilen, lass uns die Welttournee weitermachen, weil es so spannend ist. Was ich eben spannend finde, wenn man beides kann, oder du kannst ganz präzise analytisch denken und handeln und es gibt, weißt du, wenn du einen Gallenstein hast, oder, dann wirst du den Gallenstein präzise rausnehmen, nicht irgendwie. Aber wenn du nachher die Ursache erforschen willst, wie es dazu kommt, oder, dann musst du wieder das Ganze anschauen. Und wenn man beides kann, ins Detail und das Ganze anschauen, dann ist man gut ausgerüstet. Nur noch ein Wort dazu, weil mir das jetzt gerade einfällt. Es ist natürlich, und das kenne ich auch als Nebenfachbiologin, die sich jetzt schon sehr, sehr lang auch mit Medizin auseinandersetzt. In der Wissenschaft schaust du natürlich im Kleinen, weil anders kannst du die Kausalitäten nicht erklären. Und das ist ja die Problematik. Du hast dann zwar irgendwas isoliert, irgendwas Kleines, das hast du dann erklärt, aber wie das zusammenhängt, wieder im Großen und Ganzen, das ist dann eigentlich sehr schwierig. Dann kann man sagen, das hat zu viele Variablen, heißt es dann, das kann man gar nicht berechnen, das kann man gar nicht sagen. Und dann verliert man diesen Blick fürs Große Ganze und dieses Holistische wieder, das finde ich manchmal so schade. Und deshalb ist das heutige Gebot der Forschung, es muss immer in den Gesamtzusammenhang gestellt werden. Und wenn man das konsequent machen würde, dann ging es vorwärts in der Welt. Absolut. Aber dann machen wir weiter. Du hast gesagt, du hast diese spannende Erkenntnis aus China mitgenommen, eben den Menschen holistisch, gesamtheitlich zu sehen. Was hast du in Indien gelernt? In Indien habe ich mich schwerpunktmäßig mit dem Yoga auseinandergesetzt, mit dem Hatha-Yoga, Prana-Yoga, also mit dem Körper-Yoga, mit dem Atem-Yoga, mit der Meditation. Und habe gelernt, was es heisst, Körperbeherrschung, sei es jetzt der Atem, die Bewegung, das Bewusstsein. Auch die Stilllegung des Geistes. Die Stilllegung des Geistes, oder dass die Stimme im Kopf da nicht endlos weiter plappert. Und das hat mich ganz wesentlich geprägt. Das war meine erste große Reise. Da bin ich auf dem Landweg, ja, 1900, lange her. Wow. Auf dem Landweg von der Schweiz bis nach Indien. Ja, so die klassische, konnte man noch durch Iran und Afghanistan reisen, geht heute alles nicht mehr. Und habe viel eben über Atem- und Bewegungsbeherrschung gelernt und habe gesagt, okay, man kann die Dinge nicht irgendwie machen, sondern das passt jetzt vielleicht nicht ganz zu deinem, was du am Anfang gesagt hast. Aber es gibt im Körper schon ein richtig und ein falsch. Also beispielsweise, wenn ich mit X-Beinen jogge oder die Baumposition einnehme, dann ist das weniger günstig, wie wenn ich mit gerade Beinen stehe, oder? Da kann man sagen, richtig und falsch. Aber die Bewegungsqualität, der Ausdruck, wie ich es nachher beispielsweise im Tanz habe oder was ich dabei erlebe, wenn ich eine Yoga mache oder so, das ist natürlich hoch individuell. Das Einzige, was ich anfangs erwähnt habe und was mir wirklich sehr wichtig ist, ich möchte hier nicht als die auftreten, die der Menschheit sagt, was sie zu tun hat. Weil ich finde, Gesundheit ist ein sehr individuelles Thema. Es ist fast schon eine Religion geworden, wie man sich ernährt und ob man Fleisch ist oder Vegetarier ist oder wie wo was. Es hat auch eine mittlerweile sehr spirituelle Komponente bekommen, was aber auch sehr schön ist, weil es eben ein bisschen gesamtheitlicher sich darstellt. Aber ich möchte trotzdem niemandem sagen, was für ihn oder für sie richtig oder falsch ist. Das muss jeder herausfinden, selber. Genau. Es gibt so einen individuellen Weg zu Gesundheit und zu Glück und zu Glückseligkeit, egal wie man es dann auch nennen möchte, und das für sich definiert. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber eben Indien, was hast du über das Atmen? Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und was war so dein grösstes Learning, was du über das Atmen gelernt hast? Weil man denkt ja immer, Atmen, das tut man ja sowieso. Das geht von alleine. Weil ich frage dich auch ganz spezifisch und erzähle ganz eine kurze Geschichte dazu. Gerne. Ich hatte massive gesundheitliche Probleme gynäkologischer Art in meinen 30ern und wollte aber partout nicht zu einem Schulmediziner und habe mich dann entschieden, auf einer Reise nach Sri Lanka, mich zu einem Ayurveda-Arzt, aber einem einheimischen Arzt aufzumachen. Und wir haben uns einen Fahrer gesucht, der hat mich da hingefahren, der hat mich dann untersucht. Der Fahrer hat immer übersetzt ins Englische. Und der hat mich dann angeguckt und Augen, Tunge, Puls. Und dann hat er mit dem Kopf gewackelt. Und der Fahrer hat dann übersetzt. He said, you should start breathing. Und ich habe gedacht, okay, und was noch? Dann haben sie wieder geredet. Der Fahrer dreht sich wieder um zu mir und sagt, he said, you better breathe. Und ich bin so enttäuscht gewesen, weil ich habe mir so etwas erwartet von diesem Ayurveda-Arzt und bin total beleidigt von dannen gezogen und habe Jahre später erst wirklich begriffen, was er gemeint hat. Weil ich habe sehr oberflächlich geatmet. Ich war immer in Spannung und habe immer gedacht, naja, Atmen muss sowieso, das tue ich ja sowieso. Was ist denn das für ein blödsinniger Tipp? Bis ich begriffen habe, wie zentral der Atem ist. Wenn ich natürlich so atme, ist das wie ein Espresso. Und wenn ich eben sehr langsam atme, dann entspanne ich meinen ganzen Körper. Und das fand ich hoch, gerade, wo ich das irgendwann dann mal begriffen hatte, ein paar Jahre später, fand ich das so spannend. Zurück zu dir. Also hast du etwas Ähnliches erlebt, wo du dich das erste Mal da mit dem Atmen auch auseinandergesetzt hast? Ja, ich war da am Fusse des Himalayas in verschiedenen Ashrams und habe dann das volle Programm gemacht bei verschiedenen Gurus und Yogis. Das war schon ultraspannend. Und zwei Sachen, zwei Beispiele möchte ich sagen. Das eine ist, man kann über die Atemtechnik, ja, über Stimulierung des Vagusnerv, das ist der Nerv, der macht, dass man entspannt ist, ja, und dem Adrenalin und dem Sympathikum. Der Chill-Out-Nerv. Der Chill-Out-Nerv, genau. Den kann man stimulieren. Und das fehlt. Wir sind leistungsgesellschaftlich auf Vollspeed. Genau, eben. Keine Zeit für gar nichts. Keine Zeit. Und da hilft das. Und Singen und Atemtechniken, das ist das Einfachste, das man überall anwenden kann. Das ist genau wie du sagst. Schritt 1 ist tiefer, ruhiger, bewusster Atmen. Und das Zweite, was ich gelernt habe, wenn du in einer Extremsituation bist, beispielsweise, du hast einen schweren Unfall oder extreme Schmerzen oder dir ist schlecht und du hast nichts, was du machen kannst, ist die Atmung das wichtigste Instrument, das du hast. Wenn du dich auf die Atmung konzentrierst. Also Schmerzen wegatmen quasi. Schmerzen, du kannst, ja, wegatmen ist, aber einfach Schmerzen dämpfen. Oder weggehen sie natürlich nicht, oder? Aber du kannst über die Atmung und was das auslöst im Bewusstsein, weil Atmen ist das Leben, oder? Und dann fokussierst du auf das Leben und dann kannst du mit den anderen Dingen besser umgehen. Und das muss man üben. Und eine Möglichkeit, das zu üben, beispielsweise, das ist dann gerade noch eine positive Nebenwirkung für das Immunsystem, wenn ich in die Kaltduschen, Kaltbaden ist ja jetzt in, oder? Wer macht das schon nicht? Ich mache das übrigens seit über 50 Jahren. Ich nicht. Mir ist das zu kalt. Genau, dann habe ich einen Tipp für dich. Gut. So, typischerweise ist, wenn ich unter die kalte Dusche stehe, dann zieht sich alles zusammen. Genau. Genau, dann kommt das. Und dann ist es auch nicht wirklich gut. Und dann kannst du üben, dass du die Temperatur so einstellst, dass du ruhig weiteratmen kannst. Das ist das Kriterium. Okay, das ist ein super Tipp. Und dann machst du das von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag zum Morgen, machst du das kälter. Und wenn du dann mal ins Eiswasser springst, das Kriterium ist, kann ich in dem Moment, wo ich hinein spinne, mich in die Kälte hinein entspannen und der Atem fliesst ruhig weiter oder zieht sich alles zusammen. Und das muss man üben. Und wenn man das regelmäßig übt, wenn der Körper herausgefordert ist durch Hitze, durch Kälte, durch emotionalen Schock, durch Unfälle, durch Schmerz, durch Krankheit, dass wenn ich das übe, dann werde ich immer besser. Was empfiehlst du denn, weil wir gerade jetzt darüber sprechen, lass uns doch einen kleinen Moment noch verweilen beim Atmen, dass wir Schmerzen erleiden, erdulden müssen, das passiert leider in regelmäßiger Folge und mit hoher statistischer Wahrscheinlichkeit. Wenn jetzt jemand zuhört und denkt, okay, hast du mir einen Tipp, wie soll ich denn atmen, wenn ich einen Schmerzzustand habe? Nicht einen chronischen, ich spreche nicht von chronischen Schmerzen, sondern weil ich Menstruationsbeschwerden habe oder weil ich mich irgendwo anhaue oder weil ich wiederkehrende Schmerzen habe. Wie kann ich das dämpfen, wie du gesagt hast? Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich gehe weg vom Schmerz. Ich habe da ein Beispiel, ein guter Freund von mir, der hat den Arm verloren und hat zwischendurch immer so Phantomschmerze und das gehört zu den stärksten Schmerzen. Und er sagt, die einzige Chance, die ich habe, ist, ich ignoriere den Schmerz. Ich verdränge ihn, ich ignoriere ihn. Das ist zwar in der heutigen Zeit, wo alles psychotherapeutisch aufgearbeitet wird, nicht sehr in, aber es ist ein mächtiges Instrument. Ich dissoziere mich einfach weg vom Schmerz. Die touch ist das Englische, wir nehmen mich raus. Wie nehme ich mich raus? Das klingt so einfach, aber wie schaffe ich das, mich rauszunehmen in einer Situation, auch gerade bei einem Unfall oder bei sehr starken Schmerzen, mich da zu detachen? Also bei einem Unfall macht die Natur das ja von alleine. Ich bin eine Stunde bei einem schweren Unfall oder bin ich praktisch schmerzfrei durch den ganzen chemischen Prozess, der in Gang kommt. Und das kann ich aber auch eben trainieren und üben, indem, dass ich bei kleinen Schmerzen das übe und sage, ich ignoriere jetzt diesen Schmerz. Ich lasse nicht zu, dass dieser Schmerz mein Leben und mein Erleben in diesem Moment bestimmt. Wie visualisiere ich das? Visualisierung funktioniert für visuelle Menschen. Und 40% der Menschen sind Füllmenschen, die gehen nicht über Bilder, die müssen über das Gefühl gehen. Für visuelle Menschen kannst du zum Beispiel dir vorstellen, du siehst dich auf einer Leinwand und schaust einem Kinosaal zu dieser Situation. Also du dissoziierst dich von dir, von der leidenden Person, die du da dann auf dem Bildschirm siehst, oder? Dann hast du schon mal 20 Meter Distanz. Du kannst es auch mental machen und sagen, ich konzentriere mich jetzt einfach auf zum Beispiel auf die Atmung. Ich konzentriere mich auf die Atmung als Alternative zum Schmerz. Und die andere Möglichkeit ist, du gehst auf den Schmerz zu. Du umarmst ihn. Du gehst rein. Du gehst rein, du fühlst ihn, oder? Das heisst, das ist für die Füllmenschen dann? Nein, für alle. Für alle? Für alle. Es gibt Schmerzen und Situationen, du kannst nicht jedem Schmerz davonlaufen. Das ist wie wenn eine Gefahr kommt. Manchmal muss man die Gefahr konfrontieren und manchmal muss man davonlaufen. Und so ist es auch mit dem Schmerz. Und das ist zum Beispiel die Unterscheidung. Ist das ein Schmerz, auf den ich mit besser klarkomme, wenn ich auf ihn zugehe, wenn ich ihn fühle? Schmerz hat ja auch oft eine Alarmfunktion. Wenn ich jetzt einen Nierenstein habe, den möchte ich nicht ignorieren, sondern dann merke ich, hey, hier stimmt irgendwas überhaupt nicht und möchte auf den Schmerz zugehen und gehe zum Arzt, mache Ultraschall und finde heraus, was das Problem ist. Klingt aber auch ein bisschen ungemütlich. Das ist ja das, was viele Menschen natürlich auch vermeiden, ganz generell gesprochen. Eben nicht außerhalb der Komfortzone, nicht in den Schmerz reinzugehen, sondern eher davor sich zu drehen und sagen, doch lieber nicht, ich laufe da mal Wandersehen. Aber durch den Schmerz zu gehen, wo man eigentlich am meisten lernen würde, auch spirituell gesehen, aber auch körperlich, ist nicht so einfach. Ich nehme mal ein praktisches Beispiel. Ich habe plötzlich auf der Knieinnenseite Schmerzen. Und wenn man dann zum Arzt geht oder zum Physiotherapeuten oder zum Sportlehrer, der findet dann schnell rein, es ist keine Arthrosis, kein Meniskus, es ist einfach eine Überlastung der Bänder und Sehnen auf der Knieinnenseite. Dann kommt die Entscheidung, werde ich dann zum Forscher und sage, okay, mein Körper will mir etwas sagen, ich schaue mir das mal genau an, schaue mal im Spiegel, wie stehe ich dann da, habe ich x Beine, wie laufe ich, drehe das nach innen oder ist es korrekt, lasse mich coachen. Sind die Schuhe einseitig abgelaufen? Sind die Schuhe einseitig abgelaufen und werde zum Forscher und gehe so auf den Schmerz zu, nehme ihn als Signal und dann merke ich, aha, wenn ich das verändere, wenn ich jetzt nicht mehr nach innen wegdrehe, das Knie, sondern gerade laufe, geht der Schmerz wieder weg und dann habe ich fürs Leben etwas gelernt, dass der Mensch dafür gemacht ist, mit geraden Beinachsen zu laufen und nicht nach innen und nach außen. Gehe ich aber in den Medizinschrank oder nehme ein Schmerzmittel und sage, Mist, jetzt ist er drei Tage schon, nehme ich Schmerzmittel und ist immer noch nicht weg, dann habe ich die Chance, die der Schmerz bietet und die Botschaft, die enthalten ist oder ignoriert und das rächt sich. Manchmal ist der Schmerz ja wirklich auch dazu da, dass man innehält und eben hinguckt. Manchmal muss man dem Körper dann auch sagen, okay, ich habe dich gehört, ich spüre das und auch dem Schmerz Zeit gibt. Genau, das ist die ursprüngliche Funktion, der Schmerz will darauf aufmerksam machen, hier stimmt was nicht. Und erst wenn er lange und chronisch ist und das Schmerzgedächtnis greift und die Ursache schon gar nicht mehr da ist, wie beim Phantomschmerz, dann wird es eine andere Geschichte, dann wird es schwierig zu behandeln und dann kann es eben auch sehr destruktiv sein und es hat keine Botschaft mehr. Eben Schmerzgedächtnis, auch so ein super spannendes Thema. Erklärst du uns das kurz, was das bedeutet? Der Körper erinnert sich an Schmerzen, die er erdulden muss, physisch, aber auch psychisch. Also ganz einfach gesagt, wenn ich die Finger auf die heißen Platten nehme oder dann habe ich einen Gewebeschaden, das ist der normale Schmerz, dass irgendwas überlastet ist oder überhitzt oder kaputt geht. Und dann gibt es zwei Arten von Schmerzen, die davon abweichen. Das eine ist, dass der sogenannte neuropathische Schmerz, neuro heisst nerv und pathisch heisst krank. Das heisst, wenn ich den Nerven selber verletze, also das ist ein mechanischer Schaden am Nerven selber, wie beim Beispiel des Phantomschmerzes, oder? Da ist der Nerv, der Arm durchtrennt und dann tut das weh. Und auch wenn das schon lange wieder verheilt ist. Und dann gibt es den emotionalen Schmerz oder das Trauma. Wenn ich etwas erlebt habe, Gewalt mir angetan wurde oder einen schrecklichen Unfall, dann hockt uns das in den Knochen und dann kann uns dieser Schmerz dann immer verfolgen als emotionaler Schmerz, als Traumatisierung, aber dann auch wahrgenommen als körperlicher Schmerz, obwohl die Unfallfogen ausgeheilt sind. Und das ist auch ganz, ganz ein spannender Bereich. Ich möchte nicht zu lange darauf verweilen, weil ich es so spannend finde, was du mit der Spiraldynamik machst. Wir könnten jetzt gerade, glaube ich, fünf Stunden miteinander reden. Aber eben, ich möchte eigentlich die Zuhörerschaft nur darauf sensibilisieren, dass es das gibt und dass man sich dem hinwenden sollte. Und ich habe das selber erlebt. Ich hatte mal ein Vertigo, also ein Drehschwindel. Und ich bin auch jemand, der mit seinem Kopf und seinem starken Willen ganz viele Schmerzen löst. und sagt, da gehe ich drüber, ich ignoriere es oder wie auch immer. Und dann hatte ich zum ersten Mal etwas, weil ich habe alles auf dem Kopf gesehen und ich konnte keine zwei Meter gehen. Wirklich. Ich habe mich übergeben, weil mir dann schlecht geworden ist. Und dann habe ich gedacht, oh, okay, jetzt habe ich was, was ich mit meinem Kopf nicht wegdenken kann. Das kriege ich jetzt nicht so schnell hin. Und dann habe ich am Anfang wirklich mich hinterfragt, wieso habe ich das? Wieso kriege ich das jetzt? Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, okay, vielleicht will dir der Körper was sagen. Wieso, was entreißt dir denn quasi den Boden unter den Füßen? Wieso geht das weg? Wieso reißt dir das jemand unter den Füßen weg? Wieso steht alles Kopf im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Und habe dann gemerkt, okay, ich gehe gerade sehr schnell. Durchs Leben. Ja. Ich bin sehr, sehr schnell unterwegs. Vielleicht sollte das alles etwas langsamer sein. Du warst sozusagen auf dem Drehkarussell. Ja, und ich musste nur aussteigen. Und so schnell, wie der kam, ich hatte das dann zwei, drei Monate. Das war wirklich spooky teilweise. Es war dann gut. Und ich konnte mitten in der Nacht aufwachen und habe wieder alles am Kopf gesehen. Ich habe am Anfang gedacht, mir hat irgendwer Drogen reingeschüttet in irgendwas, oder? Das war also das Erste, weil es war so abstrus, weil ich gedacht habe, ich sehe alles. Aber es ist alles da oben. Das Klo ist da an der Decke und nicht da unten, wo es sein sollte. Aber ich habe das so schnell zum Glück umarmen können, dass das sehr schnell, ohne dass ich wirklich eine medizinische Betreuung gebraucht habe, das wieder losgeworden bin. Tolles Beispiel. Und das ist sehr, sehr schön, einfach da mal eben einfach die Zeit sich zu nehmen, hinzuhorchen und hinzuschauen und hinzufühlen, auch wenn es ungemütlich wird. Und es gibt ja viele Situationen, dass Menschen an irgendetwas leiden, wo die Medizin keine Lösung hat, oder? Dann heisst es, es ist psychisch, es ist Stress. Das stimmt, aber das hilft nicht weiter. Und dann ist man in der Situation, dass einem niemand helfen kann. Und dann kommt das Instinktive, oder jedes Tier, wenn es Fieber hat, weiss, ob es aus der Höhle rausgeht oder bleibt. Patienten fragen regelmässig, soll ich zu Hause bleiben oder darf ich rausgehen? Das kann man instinktiv fühlen. Nicht alles, was man denkt, ist instinkt. Und dann gibt es noch die übergeordnete Instanz, dass man das intuitiv fühlt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wenn ich eine gesundheitliche Herausforderung habe, egal was, dass ich das, was mein Erfahrungswert ist, mein Instinkt, meine Intuition, dass ich das immer mit einbeziehe. Auch gerade, wenn es dann darum die Frage geht, operieren ja oder nein. Es gibt tolle Operationen, aber 5% gehen schief. Niemand kann das voraussagen. Da lohnt es sich, die eigene Intuition mit einzubeziehen. Mache ich jetzt das oder mache ich das nicht? Und das ist auch ein hochgradig individueller Entscheid, oder? Genau. Ich habe vor, ich glaube, mit 4 oder 25 gesagt, so, das war's. Ich gehe nicht mehr zum Arzt, außer bei Schussverletzungen und Zahnweh. Und da habe ich mich daran gehalten, jetzt bin ich 51, knock on wood. Hat gut gehalten, Zahnweh war zwischendurch mal, aber Schussverletzungen hatte ich keine. Ich habe keinen Arzt gebraucht. Also, weil ich einfach gesagt habe, ich gehe auf einen Weg damit. Habe das auch mit meinem Partner so besprochen und gesagt, ich möchte das nicht. Und ich war aber hochgradig familiär belastet. Meine Mutter hatte Brustkrebs und Gebärmutterkrebs und ist an dem verstorben. Und ich war natürlich eine Hochrisikopatientin, oder? Also, man hätte mir am liebsten alles gleich so weggenommen, damit alles in Ordnung ist. Und ich habe dann einfach gesagt, ich möchte nicht mit der Angst leben. Ich möchte nicht, dass die Angst bestimmt, was ich mit meinem Leben tue. Und wenn das so sein soll, dass mein Körper, meine Hülle da nicht gut gepflegt wurde oder warum auch immer, weil ich habe natürlich mit dem Stress, den ich als Jugendliche habe, ich habe nicht gewusst, wie ich gut zu mir schaue, auch sehr viel Raubbau an mir betrieben, dann ist das halt so. Da war ich ein bisschen fatalistisch halt. Aber das hat für mich so gestimmt, muss auch für niemanden sonst stimmen, kann ich auch niemandem empfehlen, weil es einfach nur für mich so passt. Aber nur, um das nochmal ein bisschen auch euch mitzugeben da draußen von meiner Seite. Aber ich möchte dich ganz gern noch hören zum Thema Japan, weil ich habe gelesen, du warst auch in Japan und wir wissen ja, dass da wahnsinnig viel Weisheit auch steckt. Erzähl. Ich habe ein Jahr in Japan gelebt und habe dort Aikido praktiziert. Aikido ist eine japanische, fällt in die Kategorie Kampfkunst, aber eigentlich ist es eine Friedenskunst. Genau. Und habe das 15 Stunden die Woche, 20 Jahre gemacht, hat dann in Bern ein eigenes Dojo. Und in Japan, ja da habe ich ganz viel verschiedene Dinge gelernt. Und zuerst mal was ganz Persönliches. Ich war in der Schweiz mit dem Aikido begonnen, ich war relativ gut, schwarz gut und so. Und dann bin ich nach Japan gegangen und habe gedacht, ja also, ganz so schlecht. Ich kann ja was. Kann ich was, oder? Ich habe dann schnell gemerkt, dass der Maßstab ist ein anderer. Das ist wie wenn du im Leichtathletik-Club in Uster bist oder du gehst dann an die... Nichts gegen Uster, aber ja. Oder du gehst dann an die Olympiade oder das ist schon ein anderer Maßstab. Und habe das auch schnell realisiert. Aber wie wenig ich verstanden habe, dafür habe ich ein halbes Jahr gebraucht, bis ich mir alles abgeschminkt habe und gesehen habe, ich habe das Wesentliche nicht verstanden. Ich kann es nicht und habe es nicht verstanden. Was ist das Wesentliche von Aikido, was du nicht verstanden hast? Das ist wieder eine komplexe Frage. Aber beispielsweise, wenn dich jemand angreift, wesentlich ist in dem Moment, dass du keine Angst hast. Und ich habe einfach gut kompensiert für die Angst. Aber ich hatte trotzdem Angst. Und das mir einzugestehen und zu realisieren, das hat Zeit gebraucht. Und diese tiefe Transformation, dass ich erkannt habe, ich glaube etwas zu sein, was ich in Wirklichkeit nicht war oder noch nicht war, das war Life-Changing. Und dann im Aikido habe ich natürlich Körperbeherrschung mit Energiearbeit, Kräfte umleiten. Dann für mich als Arzt übersetzt mit Anatomie und Biomechanik, was wie funktioniert. Weil da hat jeder dann seine Techniken. Wie kann man mit Aggressionen umgehen? Was heisst wirklich, in diesem Moment, wenn du angegriffen wirst, dass du eben ganz ruhig wirst? Fokussiert. Das ist ja bei Piloten auch so. Oder auch im Militär. Im Notfall, im Piloten, die üben das. Die üben das. Oder dass du in dem Moment, wo du einen Notfall hast, bist du super ruhig und super fokussiert, weil du genau im Kopf hast, jetzt muss ich das, check, check, check. Genau. Das konnte ich dann auf der Notfallstation später brauchen, wenn es zu und her ging oder Flugzeugabsturz. Ich habe ja dann schon einiges erlebt. Also das waren so die zwei wichtigsten Dinge. Das eine ist Persönlichkeitsentwicklung. Und das andere, ich habe viel gelernt über wie Bewegung funktioniert. Und daraus ist dann auch die Spiraldynamik, ich sage jetzt mal, mit entstanden. Ich wollte gerade sagen, also was du uns erzählt hast, was du alles gelernt hast, führt natürlich der Kreis, es schließt sich da sehr, sehr schön zur Spiraldynamik, oder? Ja, ich habe auf meinen Reisen immer geschaut, was gibt es für Medizin, für Therapieformen. Und wollte verstehen, wie funktioniert Bewegung. Ich wollte wissen im Aikido, warum kann der das und ich nicht. Hast du auch viele Antworten gefunden, oder gibt es immer noch ganz viele Fragezeichen? Ja, mit jeder guten Antwort, die kommt, entstehen neue Fragen. Das liegt in der Natur der Sache. Aber ich habe dann gemerkt, ich habe die ganze Anatomie und Biomechanik studiert, von Knie, Hüfte, vom Sport und Tanzmedizin, alles was man hat. Und gemerkt, da sind wir wieder am Anfangspunkt, ich verstehe das einzelne Gelenk, aber nicht den Zusammenhang, nicht wie der Mensch als Ganzes funktioniert. Und da begann ich dann zu forschen, mit meiner Partnerin zusammen, mit der Jolande, Physiotherapeutin aus Paris. Und wir haben lange, lange, lange geforscht. Und am Schluss haben wir eben das, in der Evolutionsgeschichte, in der Evolutionsbiologie, haben wir das Spiralprinzip, das ja überall in der Natur ist, oder Wasserstrudel, wie im Pflanzenwachstum, haben wir dann gesehen, das ist der rote Faden im menschlichen Körper. Oder wir haben dann Drehscharniergelenke im Knieellbogen, der Mensch ist ein aufrechtgehender Kreuzgänger, die Kreuzbänder im Knie. Und dann haben wir plötzlich gesehen, das ist der rote Faden. Und plötzlich war das so wie Vicky. Ah, ich habe eine Idee. Ja genau, genau. Und einmal gesehen und verstanden und geübt, wenn man das Spiralprinzip im Körper fühlt und versteht, dann kann man es überall brauchen. Weil diese Bewegung, die kann ich beim Laufen brauchen, ich kann das auch beim Schwimmen brauchen, ich kann das auch beim Joggen, beim Boxen brauchen, beim Werfen, oder? Weil die Anatomie ja so funktioniert. Das ist ja das Drehen des Oberkörpers, für die, die nur den Podcast sehen, nicht im Seelen, sondern hören. Und erzähl, wie ist daraus dann das geworden, was es heute ist? Weil du bist ja schon der Spiraldynamikfachmann international. Ja, das ist richtig. Also zuerst habe ich dann bei den Neugeborenen genau studiert. Die haben doch so eine spannende Reflexmotorik, oder die können greifen mit den Händen und die können, wenn man die auf die Füße stellt, dann beginnen die zu laufen. Und dann habe ich geschaut, ja, stimmt das jetzt? Wie genau ist die Reflexbewegung dieser Neugeborenen? Habe ich gesagt, ja, ja, das ist genau dieses Spiralprinzip im Fuss, im Bein, in der Wirbelsäule und so. Und dann haben wir begonnen, das eben zu systematisieren. Das heisst, wir haben Bücher geschrieben und Kurse gegeben. Und wenn ich jetzt einen Sprung nach heute mache, dann sind das 7000 Fachleute, vorwiegend Therapeuten und Bewegungspädagogen, Ärzte, die das anwenden. Und wir haben Bücher geschrieben und da sind alle zusammengezählt, ja, eine Million Buchexemplare verkauft. Wow. Und in der Startphase habe ich unterrichtet und Bücher geschrieben und seit 25 Jahren bin ich jetzt in meinen angestammten Beruf zurückgegangen, arbeite als Arzt hier in Zürich. Inzwischen haben wir auch in Bern, Basel, Luzern, St. Gallen, haben wir kleine Niederlassungen, auch im Ausland haben wir Partner, Kompetenzpartner und mache das, was ich als kleines Kind meine Motivation war, Menschen zu helfen, in ihrem Körper besser klarzukommen. Und da habe ich eine Sprechstunde, mache Zweitmeinung bei Operationen mit einem grossen Team zusammen. Wir haben zehn Therapeuten, sind vier Ärzte und helfen Menschen, meistens eben mit Schmerz und Einschränkung im Bewegungssystem. Wenn man nicht gleich operieren möchte und nicht gleich eine Kortisonspritze, dann sind wir eine gute Adresse. Hast du mal gezählt, wie viele Menschen du vor einer Operation bewahrt hast über all diese Jahre? Ja, wir haben das wissenschaftlich ausgewertet, eine ETH-Masterarbeit. Und es war in der Zehn-Jahresperiode, 2010 bis 2020, waren es in Zürich 1114 Personen, die nicht operiert worden sind. Da muss ich dir sagen, auch eine kleine Geschichte erzählen, Sandra. Beide meiner Eltern verdanken zehn beziehungsweise 15 Jahre ihres Lebens der Chirurgie. Und ich bin ein sehr, sehr dankbarer Befürworter der Chirurgie. Aber nur dann, wenn es sein muss. Und nicht wegen dem Geld oder weil es gerade bequem ist oder so. Das heisst, ich bin ein kritischer. Und ich empfehle den Patienten eine Operation, wenn ich selber gehen würde. Und das ist ein hartes Kriterium, weil ich weiss alles, was schiefgehen kann. Ja, und so gesehen, oder, sind diese 1114 Operationen, die nicht stattgefunden haben, sind nicht die, die operiert werden müssen, sondern die, wo man dann eben auf die Operation verzichten kann. Das sind bestimmte Fussoperationen, das ist mal ein Meniskusproblem. Auch eine Hüftarthrose kann man ein paar Jahre noch warten, wenn die... Bandscheibenvorfälle? Bandscheibenvorfälle am Kreuz, am Nacken, wenn es klemmt in der Schulter. Bandscheiben, natürlich, die Menschen. Aber gerade bei Bandscheibenvorfall, da ist es eben ganz spannend. Der Chirurge schreibt dann in seinem Bericht, dass er lokal dort, wo die Bandscheibe auf den Nerv drückt, ja, das nimmt er das Bandscheibenmaterial weg, dass er dekomprimiert. Er führt zu einer Druckentlastung, oder, des Nerven. Und das kann man funktionell mit Therapie auch machen, weil das sind Löcher, da kommen die Nerven raus. Und wenn ich da jetzt kleine, aber die richtigen Bewegungen mache, dann kann ich dort den Platz für die Nerven gezielt vergrössern. Und diese Möglichkeiten, dass man mit Therapie nicht einfach alle Krafttraining, alle Massage, das ist langweilig und das funktioniert nicht, sondern die Therapie muss spezifisch sein, so wie ein Schlüssel ins Schloss passt. Das ist das grosse Manko. Das ganze Internet ist voll Übung, Patientenfragen, welche Übung soll ich machen, welche Übung. Oder Yoga. Ich meine, es gibt hunderttausend gefühlt Millionen Plattformen. Und manchmal gibt es einfach Menschen, die mit der Art und Weise sich keinen Gefallen tun mit Yoga. Genau. Man kann sich auch schaden. Und ich muss immer wissen, was genau ist mein Problem und welche Übung wirkt jetzt spezifisch oder möglichst spezifisch. Aber auch da, ich kam aus der Leichtathletik. Sieht man heute noch? Ich war im Nachwuchskader Sprinterin. Ja, cool. 100, 200 Meter. Was war deine schnellste Zeit? Ich bin mit zwölf Jahren über 100 Meter zwölf, fünf gelaufen. War nicht so schlecht. War nicht schlecht. Ich glaube, da hätte man was tun können, aber mit 14 hatte ich die erste Knieoperation. Weil ich hatte so einen Medial Shelf, eine Gelenkfalte. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so aggressiv operiert. Ich hatte dann bis 18 dann schon fünf Operationen. Oh je. Weil dann kam nach dem Rechten, kam das linke Knie. Dann kam das Ping-Pong. Das hat sich nie mehr wieder richtig beruhigt. Am Schluss hat man mir die Kniescheibe versetzt und dann noch einen Nerv gerissen. Jetzt bin ich einfach taub, aber wahrscheinlich ist das Knie immer noch kaputt. Also da hat man schon viel Blödsinn gemacht. Aber ich habe halt immer weiter trainiert, war dann sehr ambitioniert. und auch sehr, sehr kompetitiv vom Typ her. Und das Yoga hat mir das genommen, weil ich auch am Anfang war ich kompetitiv mit mir selber im Yoga. Die Übung musste dann schön aussehen, so wie die im Video da auf YouTube. Das musste genauso schick aussehen. Die Latte hochgesetzt. Am Anfang habe ich ja gedacht, wie mit dem Kopf zum Boden oder auf die Füße. Ich habe gedacht, du bist einen halben Meter weg, von was redet die? Und dann kriegst du plötzlich Ambitionen und denkst, das will ich auch können. Oder ich will dann, eine Krähe will ich auch. Oder das will ich stehen können. Oder die wilde Übung, das will ich jetzt auch noch können. Und man übt dann nicht weise mit sich. Man hört nicht auf sich. Oder so. Und man geht mit sich selber in die Competition. Und das hat mir das Yoga ein bisschen beigebracht. Weil du dann eben merkst, das tut dir dann aber nicht gut, wenn du drüber gehst. Und ich mache gewisse Übungen heute nicht, weil ich weiß, für meine Anatomie und meine medizinische Vorgeschichte ist das einfach Blödsinn. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Einfach dieses weise Üben mit dem Körper und dieses Fühlen und Bewegung gemeinsam mit Atmen, das kannte ich vorher nicht. Und für dieses Learning bin ich dem Yoga sehr verbunden nach wie vor. Weisst du, und das ist ganz typisch und wichtig, was du erklärst. Es gibt, wenn man schaut, das Körperbewusstsein, die Beziehung zwischen dem Bewusstsein und dem Körper. Da gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Als Kind typischerweise sind wir dem Körper einfach ausgeliefert. Das dauert also bis zur Pubertät mit dem Hormonschub. Oder man sagt, oh, was ist hier los? Ja, man muss mal in die Hülle hineinwachsen und sich da zu Hause finden. Und nachher kehrt sich das um. Dann ist das Bewusstsein der Chef. Und der Körper muss einfach das machen, was ich will. Und wenn ich jetzt da die 100 Meter durchsprinten muss oder wenn ich einfach ein Jahr ins Sofa liege und nichts mache, der Körper muss erdulden, was das Bewusstsein will. Und natürlich, das Erstrebenswerte ist die echte Partnerschaft. Genau so, wie du es beschrieben hast. Und idealerweise macht man das irgendwo zwischen 25 und 40. Ja, ich habe echt lange gebraucht. Ich war so blöd eigentlich. Aber es gehört, jeder hat andere Lernkurve. Jeder hat andere. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, bis ich gewisse Dinge über mich, meinen Körper, was mir gut tut. Weil ich mir gedacht habe, ja, irgendwer sagt dann, ja, mach doch mal das. Oder du bist doch sicher gut in dem. Und dann bin ich wieder irgendwem nachgelaufen, bis ich gemerkt habe, mag ich eigentlich gar nicht. Also man muss das ja alles ein bisschen herausfinden für sich. Wer ist man eigentlich, wenn man keiner auf einen einredet? Und diese Stille, diesen Rückzug muss man erst zulassen können zu sich selber. Weise Worte. Ja, groß. Und man begibt sich dann auf die Reise. Und das ist ein Weg und nie ein Ziel. Man ist nie angekommen. Auch Enlightenment. Das ist ja auch kein Zustand. Das ist ein Weg. Das ist kein Goal. Das ist nichts, wo man wie 100 Meter, man läuft von Anfang bis zum Ende und dann ist man im Ziel. Also wenn du dann dort ankommst bei der Erleuchtung, schreibst du mir eine Postkarte? Dann sage ich Bescheid. Ich denke einfach so, es ist alles so ein Weg. Und das mal anzunehmen als eben diesen ständigen Prozess und eben was mir heute gut tut, muss mir morgen auch nicht gut tun. Nur weil ich heute Brokkoli esse und ich mag es, heißt es nicht, dass es nächste Woche immer noch gut ist für mich. Also auch das anzuerkennen, dass mein Körper altert, dass ich in einem Zyklus drin bin, in einer Jahreszeit drin bin, das war sehr heilsam für das Erkennen. Es gibt eben Menschen sind halt ganz unterschiedlich. Und wenn ich jetzt nochmal das Wort Erleuchtung nehme, für den einen ist es eine extreme emotionelle Ergriffenheit, für den anderen, da leuchtet es wirklich in der Birne, wird ja immer so beschrieben. Für den dritten ist es eine Erkenntnis, weißt du, ein Erwachen. Und da gibt es halt ganz verschiedene Formen. Und das Bewusstwerden. Von diesem Zustand oder im Bewusstsein. Und wichtig ist, dass man sich selber kennt und den eigenen Weg geht. Und speziell bei der Ernährung, du hast das angesprochen, mit dem Brokkoli, ist das extrem wichtig. Wenn ich jetzt nochmal eine Gegenüberstellung mache, sagen wir so, die wichtigste Botschaft in Sachen Ernährung ist, mehr Biologie und weniger Ideologie. Und als Beispiel nehme ich jetzt mal den Eskimo, weisst du, von Alaska und war auch im Sibirien, im Russland, war in Kanada im Norden. Und den natürlichen Vegetarier im indischen Dschungel. Der Eskimo hat tausend Generationen nur Fett und Eiweisse gegessen. Robbenfleisch, Walfleisch, Loks, alles was hat. Und der natürliche Vegetarier, der hat nur Blätterknollen und Früchte und so, das sind komplett verschiedene Stoffwechsel. Das ist ein Eiweißfettstoffwechsel, ein Kohlenhydratstoffwechsel, das ist ein Kalziumstoffwechsel, das ist ein Kaliumstoffwechsel. Das ist ein Schnellverbrenner, der muss Wärme produzieren, das ist ein langsamer Verbrenner. Und wir in der Schweiz, Ernährungspyramide, tun so, als seien alle gleich. Also die sollte man doch auch mal ein bisschen auf den Kopf stellen, nicht? Also wenn ich das angucke, wie das auch den Kindern in der Schule immer noch beigebracht wird, dann dreht es mir im Magen um. Weil das ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Man hat ja viel Wissen eigentlich dazugewonnen in den letzten Jahren. Es ist schon, oder die Ernährungspyramide, mal abgesehen davon, dass in Norwegen der Fisch zu den Grundnahrungsmitteln dazugehört, in Frankreich der Wein und bei uns die Milch, oder mal abgesehen davon, dass es halt von der Lebensmittelindustrie mit beeinflusst wurde. Das stimmt schon, aber das ist wie mit der, ich sage jetzt mal, mit der Intelligenzquotient, ist im Durchschnitt 100. Aber wenn du zwei Kinder hast, das eine hat ein IQ von 80 und das andere hat ein IQ von, ich sage jetzt mal, 130, dann ist der Durchschnitt in beiden Fällen uninteressant. Und das Allgemeine müsste immer, immer systematisch durch das Individuelle ergänzt werden, oder? Und das fehlt. Man erklärt den Durchschnitt zum Allheilmittel. Und das ist das Problem. Und verliert dabei das Individuelle. Und der Eskimo, oder? Wenn du den mit Gemüse fütterst, ja, du bringst den um. Ich wollte gerade sagen, der kriegt Bauchweh. Der kriegt Bauchweh, oder? Und wenn er eine Schokolade sieht, dann hat er schon Diabetes, oder? Und der natürliche Vegetarier, oder der kann zwei Teller Spaghetti essen, der nimmt nicht zu und der kriegt auch kein Diabetes. Und bei Naturvölkern, die da mit Alkohol oder eben mit gewissen Kohlehydratearten gar nicht können und dann auseinander gehen wie ein Küchel, ein Ofenküchel. Im Ofen, gell? Genau, so ist es, oder? Und dieses Personalisierte, dieses Individuelle, oder? Da sind wir wieder dabei. Das steht eben in den meisten Lehrbüchern nicht drin. Aber man kann das fühlen, man kann das erkennen. Was erwartest du denn von den Ärzten? Die müssen jetzt auch nur erkennen und fühlen. Ja. Oh Gott. Erwarte ich. Weißt du, es sind auch Menschen. Ja, ja. Und es gibt viele, die das auch tun. Gerade auch bei den Chirurgen, da gibt es wirklich gefühlsemotionsstarke Menschen. Nein, nein, ich wollte nur ein bisschen necken. Ja, ja. Aber es ist schon so, je mehr wir wissen, desto mehr werden wir uns gewahr, dass Gesundheit, glaube ich, viel individueller angesehen werden müsste. Unbedingt. Das bedeutet aber auch, dass wir die Ärzte anders ausbilden sollten und eben auch Gendermedizin einfach dazu gehören muss und eben auch Ethnien dazu gehören müssen. Und Vitamine, dass man denen mehr beibringt über das, über Mikronährstoffe und dass man sie mal in die Welt schickt und sagt, guck dir das mal an. Nicht im Lehrbuch, geh da hin und guck dir an. Ich habe die Erfahrung gemacht, das System zu verändern, gerade die Medizin, die ja eigentlich immer noch in einem physikalischen Weltbild, wie es vor der Quantenphysik war, verhaftet ist. Das ist schwierig. Und es gibt böse Zungen, die behaupten, also irgendeine Lehre stirbt erst dann aus, wenn der letzte Schüler dessen, der sie begründet hat, gestorben ist. Aber was für mich interessant ist in der heutigen Zeit mit den Social Media und mit der künstlichen Intelligenz, es kann jeder anfangen, das Wissen ist da. Und wenn ich nochmal beim Essen, das sind knallharte Kriterien, die biologischen, die können sehr konfrontativ sein, aber ich habe zwei biologische Parameter, an denen ich messen kann, ob meine Ernährung gut ist oder nicht. Das erste ist die Zwei-Stunden-Regel. Zwei Stunden nach dem Essen, wenn ich es esse, weiss ich, wie es mir schmeckt, spüre ich die Wirkung dessen, was ich gegessen habe. Und wenn ich mich wohl, leicht und voller Energie fühle, dann war diese Mahlzeit für mich gut. Wenn es schwer aufliegt, wenn ich müde wäre, wenn es rumpelt, wenn ich schon wieder Hunger habe, dann war diese Mahlzeit nicht gut. Und medizinisch sagt man, die nach dem Mittagessen Schläfrigkeit, das gilt als normal, das ist überhaupt nicht normal. Nach dem Mittagessen, zwei Stunden später, sollte man voller Energie sein, so wie wenn ich das Auto getankt habe. Dann erwarte ich auch nicht, dass zwei Kilometer später der Tank wieder halb leer ist. Und das andere, das ist das Gewicht. Wenn ich nach einem Jahr, nach zwei Jahren auf die Waage stehe und ich habe ein Gewicht, bei dem ich mich wohlfühle, dann sind meine Ernährungsgewohnheiten gut. Und wenn es das nicht ist, dann stimmt irgendetwas nicht. Es gibt Stoffwechselstörungen oder meine Ernährungsgewohnheiten oder emotionales Essen oder so. Und nur schon mit diesen zwei Sachen, wenn ich mich die wirklich mal darum kümmere und sage, ich möchte das essen und so viel essen und so essen, dass ich zwei Stunden nach dem Essen Energie habe und dass mein Gewicht sich Richtung Wohlfühlgewicht entwickelt. Das wäre extrem für den Einzelnen, für die Volksgesundheit, das wäre bahnbrechend. Super spannend, danke für den Tipp. Also habe ich so auch noch nicht gehört, nehme ich auch für mich sehr, sehr gerne mit. Also so als Wegweiser, das ist ganz grossartig. Hast du so einen Wegweiser auch in puncto Schlaf für uns? Klar. Also der Schlaf wird unterschätzt. Der Schlaf ist unsere Hauptregenerationsmöglichkeit. Und der Schlaf ist ja so etwas Geniales. Also wenn man da genau schaut, was passiert, wie das aufeinander abgestimmt ist, also wann gehst du ins Bett? So im Durchschnitt? Ich normalerweise so zwischen eins und zwei in der Früh. Das ist spät, gell? Und wann stehst du auf? Wenn ich daheim bin und ich arbeite im Homeoffice, ich schaue wirklich, dass ich acht Stunden schlafe. Acht Stunden, ja, das ist gut. Das ist gut, oder? Und man kann diese, oder der Schlafrhythmus wird ja durch das Tageslicht bestimmt, oder? Und man kann das so ein bisschen schieben nach hinten oder nach vorne. Ja, wichtig ist, dass eine gewisse Regelmässigkeit kann. Acht Stunden ist perfekt. Der Durchschnitt der Menschen schläft weniger, oder? Das hat sich von acht in den letzten 100 Jahren auf knapp sieben Stunden reduziert. Und wenn man dann schaut, nur zwei Tage zu wenig Schlaf, was das für Konsequenzen hat. Konzentrationsfähigkeit, Krankheitsanfälligkeit, Unfallgefährdung, und, 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 und. Und wenn man es langfristig anschaut, psychische Probleme, depressive Entwicklung, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Geschichten, Krebs, oder da gibt es überall Korrelationen mit zu wenig Schlaf. Stille Entschuldungen. Und viele Menschen finden halt keinen Schlaf oder schlechten Schlaf. Und da gibt es halt dann ein paar Dinge, die man einhalten muss. Ich nehme jetzt mal drei Beispiele heraus. Erstens ist das Licht. Ich muss am Mittag eine halbe Stunde oder eine Stunde raus ans Licht. Das ist durch nichts zu ersetzen. Weil wenn ich mittags das Blaulicht habe, dann steigt mein Serotonin-Spiegel, das ist das Glückshormon, oder? Dann ist die Birne voll mit dem Glückshormon. Und das wird dann nachts am elf, bei dir am halb zwei, wird das umgewandelt in einem Stoffwechselschritt ins Melatonin. Ins Melatonin. Und das ist das Schlafhormon. Wo ich schlafen kann. Schau mal, wie genial die Biochemie ist, oder? Dass ich das Glückshormon, dass ich, wenn ich draussen am Tag, weiss ich, eine Stunde reicht, draussen bin, nachts in einem Stoffwechselschritt... Regen ist keine Ausrede. Regen ist keine Ausrede, es funktioniert auch bei bewölktem Himmel, oder? Und natürlich, ich darf abends kein Blaulicht mehr haben. Oder wenn ich abends Blaulicht habe... Also Bildschirm. Bildschirm, zehn Minuten, fünf Minuten Handy oder Fernseher oder iPad oder so, dann ist der Melatonin-Spiegel, zack, im Keller. Und dann braucht es ein paar Stunden, um das wieder aufzubauen. Also das wäre die Lichtregel. Raus ins blaue Licht mittags. Und sobald die Sonne untergeht und das Licht rot wird, kein Blaulicht mehr. So einfach ist das so. Man kann auch bei Rotlicht schlafen, oder? Man kann bei Rotlicht schlafen. Ich kann auch so einen Filter einbauen. FLux.com, oder? Kann ich mit jedem Computer machen, kann mir so Polaroid-Gläser schauen. Einfach kein Blaulicht mehr. Und wenn ich mir abends noch Blaulicht reinziehe oder vorm Schlafen noch schnell die Handys und E-Mails anschaue, da darf man sich nicht wundern, wenn man nicht schlafen kann. Zweiter Tipp. Zweiter Tipp. Das ist der Alkohol. Ja, es gibt ja auch viele, die sagen, ohne Glas Rotwein kann ich nicht schlafen. Oder Bier. Da kann man jetzt mit den Uhren, mit den Apps, oder kann man das nachschauen, ein Glas oder anderthalb Glaser ist desaströs für den Schlaf, kann man nachvollziehen. Wenn man jung ist, merkt man das nicht, ab 40 merkt man es und man kann es immer messen. Und die sekundären Pflanzenstoffe, die sind super, aber der Alkohol ist ein… Das ist Ferratrol im Rotwein. Genau. Aber der Alkohol ist ein Zellgift und das kann man drehen, wie man will. Und wenn man der Alkohol torpediert, das menschliche Wachstumshormon, das Somatotropin, und das wird vor dem Melatonin ausgeschüttet. Und wenn man sagt, das Immunsystem ist nachtaktiv, das ist die Phase, wo die Krebszellen gejagt werden, wo die Entzündung oder wo das alles wieder repariert wird. Das heisst, wenn man vorm Zu-Bett-Gehen eben, oder wenn man abends aus ist, dann noch Alkohol trinkt, dann torpediert man eigentlich die Reparaturmechanismen des Immunsystems. Genau. Und zwar unglaublich, krass. Wow. Und klar, also ich habe mit meiner Frau jahrzehntelang, wir haben eine Apo-Kultur gehabt mit, also ich bin da kein, wie soll ich sagen… Du bist nicht abgeneigt. Aber was ich herausgefunden habe, und das funktioniert auch ganz gut, man soll die Alkoholtage bündeln. Also Freitag, Samstag… Saufen? Das hast du gesagt. Entschuldigung. Nein, genau. Also geniessen natürlich, nein. Ich mache nur Spass natürlich. Lukisch. Also dass man es bündelt, Wochenende, und dann aber vier Tage Ruhe hat. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist am Montag, am Mittwoch, am Freitag, oder wenn man es einfach verteilt. Und das Zweite ist, lieber am Mittag ein Champagner-Apero machen, wie abends am 9 Uhr noch den Wein reinziehen. Also so, oder? Weil dann hat der Körper mehr Möglichkeit, das abzubauen. Aber es gibt doch dieses French Paradoxon in der Forschung, wo man sagt, man weiß eigentlich nicht, man kann sie nicht erklären, die Franzosen, die trinken so viel Rotwein und werden trotzdem relativ alt. Ja, also sie gehören nicht zu denen, die wirklich alt werden. Die, die wirklich alt werden, die Blue Zones, die trinken auch, aber ein Gläschen und am Mittag. Okay. Und die sind entspannt, die hocken vor der Hütte und plaudern miteinander und kennen sich seit Jahrzehnten, oder? Und haben ein soziales Leben, oder? Und genießen das Wein und sippen da an ihren Dezilitern. Ja, meine Nonna war so, die hat immer gesagt, so Rotwein in homopathischen Dosen. Die hat eigentlich dann über Mittag auch lustigerweise, intuitiv wahrscheinlich, richtig gemacht, ein Gläschen Rotwein, aber hat das nie ausgetrunken. Ich habe sie nie gesehen, dass sie es wirklich gelehrt hat, immer nur so ein bisschen genippt. Dann geht das. Okay, verstehe. Gut. Dritter Punkt? Dritter Punkt. Viele Menschen, da sind wir wieder bei der Meditation und der Atmung, viele Menschen, da stellt die Stimme im Kopf nicht ab. Oder kaum wachen die auf. Das ist die Quatsch, Quatsch, Quatsch. Dass man nachts zwischendurch mal aufwacht, vier, fünf Mal pro Nacht ist normal und dass man bei diesem Aufwachen zehn, fünf, zehn Minuten wach ist, ist auch normal. Und wenn dann aber die Stimme im Kopf losgeht und das Gedankenkarussell losgeht und ich es nicht abschalten kann, dann ist das ein Riesenproblem, dann schlafen die Leute nicht wieder ein. Und da hat sich bewährt, aufschreiben, ganz banal. Also ich mache eine To-Do-Liste und schreibe alles auf, bevor ich ins Bett gehe. Wenn mir dann kaum liege ich, noch zwei Dinge auf, nochmal einfallen, aufschreiben. Und ich habe es dann so gemacht, ich nehme diese Liste, lege die zu den Kleidern und sage, schau, ich kümmere mich morgen wieder drum, aber jetzt, der Schlaf ist heilig, ich will acht Stunden Ruhe. Ich will nicht daran denken, ich will, dass Frieden und Ruhe in meinem Geist ist und verspreche es, morgens erstes Ding kümmere ich mich wieder drum. Und wenn das Unterbewusstsein weiss, dass alles aufgeschrieben, alles notiert ist, ich kümmere mich drum. Es geht nichts vergessen. Es geht nichts vergessen. Dann kommt nicht ständig dieses Ding, oder? Und dann ist Ruhe und dann kann man besser wieder einschlafen. Und was macht man, wenn man dann eher so Selbstzweifel hat? Gar nicht so die To-Dos, die einen umtreiben, sondern Lebensfragen quälen. Genau, gleich. Oder ich schreibe auf und sage, ich mache mir Sorgen um mein Kind, der Junge ist nicht auf dem richtigen Weg. Ich habe die und die Idee dazu, ich schreibe es einfach auf oder mache eine Zeichnung oder spreche es auf dem Tonband und sage, okay, ich kümmere mich morgen wieder drum. Und dann hast du eine ganz andere Perspektive, oder? Du kannst dein Gehirn darauf trainieren, oder? Das kann man darauf trainieren, aber du kannst noch etwas ganz anderes mit deinem Gehirn machen. Statt dass du dir Sorgen machst, kannst du sagen, in der Nacht möchte ich Inspiration finden, wie ich meinem Jungen oder meinem Neffen oder meinem Mann... Machen die Yogis ja auch, stell die Fragen ans Universum, die du hast, bevor du zu Bett gehst und das Universum wird dir antworten. Genau so, oder? Und das sind die unglaublichsten Dinge möglich, oder? Du machst das auch? Ich mache das, seit ich Kind bin. Und die Träume haben einen ganz wesentlichen Einfluss in meinem Leben. Und das ist auch extrem praktisch. Ich sage dir mal, ein praktisches Beispiel. Als Körper- und Bewegungsmensch habe ich ein instinktives Sensorium für Gefahr. Und auf den deutschen Autobahnen, wenn sie so dicht aufeinander auffahren, nie bremsen könnten, dann ist mir richtig unwohl. Und ich musste das, was ich Jahrzehnte erfolgreich vermieden habe, war unvermeidbar. Ich musste mit einem Geschäftskollegen acht Stunden lang über deutsche Autobahn brettern, im neuesten Audio immer 50 Zentimeter hinter dem vorderen Auto. Und ich wusste, das stresst mich unglaublich. Und dann habe ich, bevor ich eingeschlafen bin, zu meinem Traumbewusstsein gesagt, komm, ich habe keine Lust morgen diesen Stress, ich möchte entspannt fahren. Und dann habe ich geträumt, ich bin in einem riesen Easy Rider Töv über einen Salzsee mit 500 Stundenkilometer gebrettert. Und ich konnte aber nicht mit den Augen sehen, sondern es war eine GoPro-Kamera vorne am Rad. Und jedes Salzkorn, jedes Laubblatt war so ein Flash. Und das hat so eine Geschwindigkeit gehabt, dass nachher beim Autofahren, ich war so was entspannt, weil die schienen alle da mit Zeitlupen, Tempo. Und das Gehirn hat sich selber trainiert, wir drehen jetzt mal den Regler hoch und zeigen mal, was richtig Stress ist. Und dann kann der Christian da die acht Stunden entspannt sitzen. Total schön hier. Und hat funktioniert. Lustig, ja. Und wertvoll. Und so kann man ganz andere Dinge im Traum für sich selber oder für andere machen, als sich Sorgen machen. Es gibt auch Klarträume, es gibt Botschaften in den Träumen. Und wenn man sich damit ein bisschen anders auseinandersetzt, Schritt eins ist, wenn du dich erinnerst, dann morgen aufschreiben. Man vergisst ja schnell. Man vergisst, ja. Es geht alles wieder runter ins Unterbewusstsein. Und wenn man da, muss es richtig so ins Bewusstsein bekommen. Und schön träumen kann man so, indem man sich das wirklich sofort, wenn man aufwacht, aufschreibt, dann wirklich lernen. Ja. Wow, was für eine Reise wir heute mit dir gemacht haben. Ich könnte echt, am liebsten würde ich nochmal drei Stunden mit dir reden. Aber ich will Joe Rogan nicht Konkurrenz machen mit seinem langen Podcast. Hast du vielleicht abschließend noch so ein, zwei ganz praktische Tipps für uns? Wir haben sehr viele Tipps von dir schon bekommen, die sehr, sehr praxisnah sind, für die ich wahnsinnig dankbar bin. Aber was liegt dir besonders an Herzen? Was möchtest du der Zuhörerschaft wirklich noch mitgeben, zu guter Letzt? Ja, weisst du, das eben mit den Ratschlägen, das ist so eine Sache, gell? Aber ich glaube so, die Partnerschaft mit sich selber, oder? Schön gesagt. Oder das ist wichtig. Weil wenn ich mit mir selber partnerschaftlich umgehe, fällt es mir auch leichter, mit anderen Menschen oder auch mit Tieren und mit der Natur partnerschaftlich umzugehen. Ich glaube, das wäre so das Wichtigste. Und wenn das nicht reicht, oder? Wenn man eine Steigerungsfonds haben möchte im Umgang mit sich selbst und mit anderen Menschen in der Umwelt, dann ist es das bedingungslose Wohlwollen. Also, dass ich anderen Menschen wirklich wohlwollend und nicht denke, na, schau mal, wie der aussieht oder was der sagt oder und so weiter. Sondern dieses Wohlwollen, ja, ich glaube, das öffnet auch das Tor zu mehr Lebensfreude und auch zu mehr Wohlbefinden im eigenen Körper und im eigenen Leben. Was für schöne Schlussworte von dir. Vielen, vielen Dank, Christian Larsen. Ich habe es wahnsinnig genossen. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr seid auch beim nächsten Holistic Health Podcast wieder dabei von uns. Vielen Dank, wir haben aufgezeichnet in den Studios von der Audiokanzlei hier in Zürich und in Kooperation mit unserem Partner Küng Wellness in der ganzheitlichen Manufaktur für Wellnessbau entstehen eure individuellen Entspannungsoasen für mehr Gesundheit und auch Wohlbefinden für zu Hause. Fühlt euch umärmelt da draußen von mir. Mein Name ist Sandra Stella Triebel und denkt daran, 8 Hacks a Day keeps the doctor away. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Hauts будетohnen. Tschüss. Vielen Dank.